Wussten Sie, dass in einer Handvoll fruchtbarer Erde so viele Organismen leben, wie es Menschen auf der Erde gibt? Unser Boden ist schon faszinierend. Mehr dazu gleich bei Sonntags. Hallo und herzlich willkommen. Heute steht der Boden bei uns im Mittelpunkt, die Mutter Erde. Meist nehmen wir den Boden, auf dem wir laufen, stehen und leben, ja gar nicht bewusst wahr. Dabei sind wir mit ihm sehr verwurzelt. Er nährt uns. Er bietet uns ein Heim oder wird uns buchstäblich unter den Füßen weggezogen. Der Mensch verwächst mit der Zeit mit dem Boden, auf dem er lebt. Das drückt sich auch in vielen Redewendungen aus. Man spricht von bodenständig sein oder man sagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Selbst dann nicht, wenn die geliebte Heimat regelmäßig vom Hochwasser bedroht ist. Ja, so wie Stefan Steinbeck ging es wohl Menschen schon zu allen Zeiten. Und häufig waren sie wirklich gezwungen, Grund und Boden zu verlassen. Sei es durch Naturkatastrophen, durch Kriege oder durch andere Ereignisse. Davon erzählt der Boden überall auf der Welt, in dem Archäologen buddeln. Und was sie dann aus der Erde holen, das gibt Aufschluss über unsere Identität, wie wir wurden, was wir sind. Aachen ist dabei eine ganz besondere Stadt. Denn dort schlummern im Untergrund viele Schichten jahrtausende alter Geschichte. Sie warten nur darauf, entdeckt zu werden. Was eines Tages wohl von uns in der Erde gefunden wird? Smartphones und Autos oder Plastikmüll? Und was das dann über uns aussagt? Aber bleiben wir mal in der Gegenwart. Boden ist teuer. Dabei muss man nicht nur an Baugrundstücke in Premiumlagen denken. Boden als Ernährungsgrundlage ist vor allem kostbar. Vielleicht denken Sie jetzt, Ackerland ist ja billig. Schon lange nicht mehr. Seitdem es als Spekulationsobjekt für Investoren entdeckt wurde, geraten Bauern immer öfter in Nöte. Die Dorfbewohner von Tez hätten gerne für die neuen Landbesitzer gearbeitet. Aber die scheinen für die Leute aus Tez keine Verwendung zu haben und setzen firmenigene Arbeitskräfte ein. Ganz anders geht hier allerdings eine kleine Genossenschaft vor. Unter dem Namen Kulturland EG kauft sie Ackerland und verpachtet es zu 0% Zinsen an Biobauern. Dieses Modell ist innovativ. Es ist auch entstanden aus der Einsicht, dass Landwirte ihre Felder nachhaltig kultivieren sollen. So will die Genossenschaft die natürliche Fruchtbarkeit der Böden auch noch für unsere Kinder und Enkel sicherstellen. Wie wichtig der individuelle Bezug von Bauern zu ihrer Scholle ist, das sieht man, wenn man versteht, wie komplex das Pflegen und Erhalten von Ackerboden ist. Heute leben rund 7,3 Milliarden Menschen auf der Erde. Am Ende des Jahrtausends, so die Prognose der UNO, sollen es 16,6 Milliarden sein. Also mehr als doppelt so viele wie heute. Sie alle wollen ernährt sein. Somit ist unser Boden wohl das kostbarste Gut, das wir besitzen. Wir sollten also sorgsam damit umgehen. Vielleicht ist es daher gut, uns selbst immer mal wieder zu erden. So wie die Seminarbesucher, die in der Eifel einen ganz besonderen Kurs besucht haben. Ich wünsche Ihnen auch echte Bodenhaftung, egal ob Barfuß oder mit Schuhen an den Füßen. Und ich werde heute auf jeden Fall noch ein bisschen mit den N-Händen in der Erde wühlen und Blumen pflanzen. Denn jetzt ist Pflanzzeit. Nächste Woche starten wir eine neue Reihe. Wir schauen zurück auf die Jahrzehnte, die uns geprägt haben und immer noch prägen. Und ich schlüpfe in die Zeit der 50er. Petticoat und Wirtschaftswunder, sage ich nur. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Hier geht es jetzt weiter mit dem katholischen Gottesdienst aus Vazdena in Schweden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Tschüss. 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 Tschüss.